Kenny, Prince, Redondo. Am Ende sehr enttäuschend, hat sich angefühlt wie eine Niederlage, aber wir machen einfach weiter. Ein wunderschönes Gefühl, nach langen Monaten wieder endlich auf dem Platz zu stehen. Die Länderspielpause, wie immer, gut genutzt. Wir konzentrieren uns einfach, dass wir fit bleiben und uns auf den nächsten Gegner vorbereiten. Ich habe keinen Lieblingsgegenspieler. Protokoll steht zwar unten drin, haben aber sehr viel Qualität in der Mannschaft. Viele Einzelspieler, die ein Spiel entscheiden können. Aber ich denke, dass wir mehr Qualität in der Mannschaft haben und das Spiel für uns entscheiden werden. 3-1 für uns.